Hallöchen und willkommen zurück hier bei Fallout. Zusammen unternehmen, aber ich hatte hier hinten noch eine Sache offen, finde den nächsten Tagebucheintrag in Satten. Das will ich auf jeden Fall machen und ich will mit euch auch einige der Holotapes, die wir jetzt noch im Gepäck haben, anhören und da vielleicht dann auch noch einer einen oder anderen Quest nachgehen. Zuallererst brauchen wir allerdings endlich mal wieder ein bisschen was zu essen, eventuell müssen wir da mal auf Jagd gehen oder dergleichen. Das ist wirklich so, dass wir hier relativ wenig Zeug haben. Ist die Frage, woran mangelt es? Es mangelt wirklich an dem Fleisch. Okay, dann müssen wir da tatsächlich nochmal auf Jagd gehen. Man muss wirklich sehr, sehr viel essen. Das ist wirklich so eine Beobachtung. Man braucht verdammt viel Futter. Man braucht wirklich verdammt viel Futter und verdammt viel Wasser. Kaum gesagt, schon brauchen wir es wieder. Mal gucken, wir haben 101 Kilo. Das heißt, ein bisschen was an Gedöns sollte ich vielleicht wieder reinschmeißen. Ist das nach Gewicht sortiert? Kuh? Ist nicht nach Gewicht sortiert. Gewicht. So, und schauen wir mal, was wir loswerden könnten. Die Planke ist immer noch mein Favorit. Aber ist verdammt langsam. Ist wirklich verdammt langsam. Die Axt macht eigentlich noch mehr Schaden. Aber irgendwie ist die Planke, die hat halt mehr Reichweite. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei der. Impro Revolver packen wir mal wieder weg. Wir haben hier noch anderes Zeug. Die Impro Pistole. Pack ich auch erstmal weg. Mit der 10mm und dem Jagdgewehr kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Dann haben wir immer noch so ein paar Sachen auf Reserve. Fleischeintotkonserve. Da haben wir noch ein bisschen was. Billard Dingsbums kann sicherlich erstmal rein. Brombeersaft. Yum, yum, russische Eier. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Haben wir noch was zu leveln eigentlich? Ne, haben wir gerade. Ich glaube, oder? Ne, ich muss mich noch an die Menüsteuerung gewöhnen. Camp verlegen. Ne, da. T-Skills. Da haben wir momentan nichts zu vergeben. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Du hast Stufe 5 erreicht. Damit ist das... Ja, genau. Okay, das haben wir. Hier kann ich gerade nichts. Warte mal, doch hier. Das Ding. Können wir anlegen. Grüner Daumen. Was war das doch gleich? Beim Sammeln von Pflanzen hättest du die doppelte Menge. Wenn das nichts ist. Bei Charisma haben wir jetzt... Das Menü. Das Menü. Bei Charisma hätt ich hier was. Meisterhändler. Beim Kaufen und Verkaufen erzielst du beim Händler jetzt bessere Preise. Hier hat man den Hacker. Beim Hack... Dein Hackerskill erhöht sich. Da habe ich allerdings bei Intelligenz fehlt mir einen Punkt. Und bei Luck hier kenne ich was, oder? 40% Chance zusätzlich erste Hilfe. Camps beim Durchsuchen von Camperheltern zu finden. Zack. Rein damit. So was sollte man immer mitnehmen. Bei Stärke könnte ich noch was machen. Habe ich aber nix. Ah, gut. Ich bin gespannt, ob man so Karten auch unterwegs finden kann. Das wäre irgendwie interessant. So. Lass uns mal eben... Sekunde. Wollen wir nochmal rein kurz. Gegenstände ist Mittel diverses. Holos. Aufseher-Logbuch-Camp. Das hat man doch alles schon gehört. Moment. Finde den nächsten Tagebucheintrag. Hört ihr das Kapitel Flatwoods im Aufseher-Logbuch-Camp? Das hatten wir doch auch schon, dachte ich, oder? Wir hören uns doch mal an. Aufseher-Logbuch. Flatwoods. Mein Gott. Hier ist niemand mehr. Die alte Kneipe. Die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber... Jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... Naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grünen, leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme... Wütend. Gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden... Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln, sowie das Überleben leert. Ich muss mich an das Vogue-Training erinnern. Zuerst überleben. Ich lege ihre Tests ab und das sollten sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Das hatten wir zwar schon gehört, aber es ist zur Auffrischung der Story sicherlich nicht ganz verkehrt. Upp, hier sind wir ja noch gar nicht lang gekommen. Egal, machen wir trotzdem. Ist sicherlich zur Auffrischung der Sache nicht ganz schlecht. Enten... So, wir fallen. So, wir fallen. Oha. Sag mal. Ja, Güte, kam der hier an. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Die Responder waren die Überlebenden. Die haben sich in Gruppen zusammengetan. Haben versucht, sich gegenseitig so Gutes, so Gutes geht, zu unterstützen. Haben eine Art vorübergehende... Eine gerade vorübergehende Gemeinde aufgebaut. Und da zum Beispiel dann eben auch geschaut, wie man das Wasser wieder aufbereiten kann, wie man das Nötigste hinbekommt. Wir haben gesehen von dem Pfarrer, von dem Pastor, der sich ums Essen gekümmert hat. Wir hatten von derjenigen gehört, die die Wasseraufbereitung übernommen hat. Also allerlei... Allerlei Informationen so ein bisschen über dieses Leben... Über dieses Leben derjenigen, die es eben nicht in den Vault reingeschafft haben. Auch mit sehr bewegenden Storys, die wir im Livestream gehört haben. Das ist schon alles sehr, sehr heftig. Und auf dieser Spur der Responder sind wir eben jetzt... Ich muss jetzt mal eben schauen. Wenn wir jetzt hierher gehen... Ja, war das unter J. Westjournal, genau. Hauptquest. Das ist die Hauptquest. Einen nach dem anderen Nachschlag. Rückeroberungstag. Erster Kontakt. Also eine letzte Abreise ist momentan... Untersuche den Flughafen. Das ist also das, wo wir dann auch bei den Respondern dann eben eine Nachricht gefunden haben, die uns dann darauf hingewiesen hat, dass damals, natürlich alles längst vergangen, am Flughafen ein Angriff der verbrannten, also wahrscheinlich der übel mutierten, stattgefunden hat. Das ist das, wo wir dann auch bei den Spur der 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 Spur. Ja. Komm, sie mal her. Komm, sie mal her. Komm, sie mal her. Komm, sie mal her. Ja, haha, ich habe auch eine Waffe. Komm, sie mal her. Komm, sie mal her. Meine Güte. Ah, gib die Spitzhacke her. Das ist sehr, sehr praktisch. Ach du Scheiße. Gut, dass der ein bisschen dumm war. Das heißt, er hat ein großer Kampf stattgefunden, wo wahrscheinlich auch viele zum Opfer gefallen sind. Bei eben dem Flughafen, da geht es dann weiter in der nächsten Waffenwerkbank. Und dann... Im nächsten Livestream, so langsam sollte ich mir mal ein Madpack einschmeißen. Ich glaube, das war unter H, ne? Komm mal rein. Nein. Jetzt tat es dann doch mal langsam weh. Wir sind hier einfach ohne Immo. Wir wollen da kurz. Laserpistole. Bitte was? Laserpistole? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, wo bin ich denn... Und warum? Wo bin ich und warum? Das ist, äh, unwegsamer als gedacht. Wir müssen uns jetzt hier mal so ein bisschen nach West einschlagen. Ja, hier diese Straße hoch sollte wohl doch unser Weg sein. Wahnsinn, was es hier überall zu entdecken gibt. Weißt du, du willst einfach nur an einen Punkt gehen und du hast immer rechts und links sofort... Nein! Da wollte ich... Kacke. Das wollte ich nicht. Äh, du hast immer sofort an... Es ist echt schon wieder sehr spät, muss man dazu sagen. Es passiert so ein Scheiß. Du hast immer sofort wieder irgendwas, was du erkundest, was du entdecken kannst. Das ist echt richtig, richtig krass. Äh... Responder-Sanitäter-Anzug. Ah. Ich habe jetzt mal den Bürgerkriegsanzug ausge... Äh... Mal schauen, warte mal. Ähm... 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 Map und dann Z. Nein, nicht Z. Map und dann T. Aha. Ja. Das ist doch... Der Sanitäter ist unterwegs. Äh... Äh... Lass mal eben gucken... Ausdruck... Äh... Ausdruck müssen wir jetzt eine sehr, sehr ernste Miene machen. Ja. Müde, nachdenklich, überrascht. Ernst. Sehr, sehr ernst. Düster. Finsteres Lächeln. Finsteres Lächeln. Das finstere Lächeln war sehr... Das ist super. Ja. Und posieren. Uh... Ich muss immer mit dieser Pose hier... Müssen wir einfach machen, ne? Das müssen wir einfach immer machen. Und da drücken wir dann mal wunderbar auf... Super. Super. Ja. Hervorragend. Verlassen. Weiter. Ich brauche ja immer schön einen Screen für die Folgen. Die Aufseherin ist genauso wie wir hier unterwegs. Da finde ich so ein paar... Da finde ich so ein paar logische Lücken. Wie würde wohl, wenn so ein Vault geöffnet werden würde, die Wiederbesiedlung ablaufen? Es würde doch nicht irgendwie sein... Hier, bam, Türen auf, alle raus. Und, äh, ja. Viel Spaß. Ja. Seid pünktlich um 8 wieder zu Hause. Ähm. Stellt keinen Blödsinn an. Licht los. Es ist ein bisschen strange. Also es läuft halt null geordnet ab in dieser Hinsicht, dass dann die Anführerin einfach so ihr Ding macht und sagt, ja, ciao. Äh, andererseits macht das Spiel halt so ein bisschen ein Mysterium draus. Sie hat ihre eigene Mission. Ähm. Und ist eben deshalb unterwegs. Deshalb sind alle anderen Anführer los und... LWC, wir sind in der Schweiz. Ähm. Und sind eben quasi kopflos unterwegs. Bei Fallout lerne, du musst immer unter Brücken schauen. In dem Fall nicht. Und da drüben wäre noch eine Brücke. Wir looten das jetzt nicht. Wir nehmen das jetzt einfach erstmal mit, dass da der Ort ist. Und... Gut. Fertig. Da finde ich so ein bisschen einen Logikfehler. Also... Man... Man bekommt keine Anweisungen oder irgendwas. Sondern, hier, mach. Leg los. Äh. Ist ein bisschen... Ja. Aber da möchte ich mich jetzt nicht dran, dran aufhängen oder dergleichen. Mehr da lang. Lass sie röcheln. Du musst reinigen. Ach du Scheiße. Geh. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Ei, 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 wir kriegen ein Problem. Oh, ja, vor allem wenn ich hier eine Brücke runterfalle. Scheiße, scheiße. Keine Muni mehr. Nicht gut. Eine Waffenwerkbank. Ah, weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich hänge fest. Ah. Mei, oh, mei. Das ist richtig krasser Scheiß. Entschuldigung, dass ich jetzt so ruhig bin. Aber das erfordert gerade die höchste Konzentration hier nicht drauf zu gehen. Davon hätte ich nie gedacht, dass ich meine 100 Schuss mal verballe. Down. Ah, okay. Wow. Ich möchte... Jagdgewehr, Spitzhacke, Mehrzwergachs, Lederrüstung, Rechtarm. Wow, 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 wow. Okay, das ist natürlich auch echt fetter Loot, den wir jetzt kriegen. Aber... Alter, war das hart. Und ich glaube, es ist noch nicht ganz überstanden. Hm? Mensch, 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 Mensch. Da haben wir jetzt... Kurz mal, und das um die späte Zeit. Wir haben hier mittlerweile 2 Uhr 25, wo ich aufnehme. Die Beta geht noch bis 4. Ähm... Um die späte Zeit hier so eine Herausforderung. Krass. Und schlafen ist da nicht zu denken. Wow. Wow. Okay, wir sind überladen. Das heißt, wir dürfen uns gleich mal unser Camp rufen, wahrscheinlich. Uh. Usa. Dann holen wir uns unser Camp eben rüber. Und können uns dann hoffentlich auch nochmal eine Munition bauen. Ich glaube, die Bastelstube kann ich ja jetzt bereits. Wollen wir uns... Dann müssen wir uns auch nochmal ein paar... Ein paar Heil... Heilzauber bauen. Hier ist eigentlich ein guter Platz für ein Camp. So insgesamt. Wir haben hier dieses Dorf in der Nähe. Der ist fetter Loot. Und... Können wir eigentlich mal schauen. Da unten ist auch Wasser. Können wir uns dann regelmäßig holen und direkt abkochen. Auch wenn das dann jedes Mal ein bisschen... Ein bisschen Strahlung gibt. Eigentlich könnten wir hier ein Camp bauen. Das wollen wir im nächsten Livestream übrigens machen. Am Samstag findet der statt. Ja, wo diese Folge kommt, müsste eigentlich... Ja, müsste eigentlich Samstag sein. Und heute Abend dann... Kurz mal nachdenken, ja. Aber heute Abend, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ist Samstagabend. Und da kommt der Livestream um 22 Uhr. Denn da ist die Beta dann wieder am Laufen. Und da werden dann Coach und ich wieder loslegen. Und da haben wir uns überlegt... Wollen wir eigentlich mal zusehen? Super Mutant. Das ist nicht gut. Super Mutant ist... Gar nicht gut. Gar nicht gut mit Überladen, mit... Schon verwundet und nicht mehr so viel Munition. Ist super Mutant. Eine richtig bescheuerte Idee. Richtig bescheuerte Idee ist jetzt auch hier weiter ohne Camp rumzulaufen. Weißt du was wir machen? Mal so ein Notcamp hier einfach... Hilft ja nichts. Boah, hier ist echt die... Hier ist die Hölle los, ne? Was baue ich hier gerade? Auf dem Werkbank. Biste. Doch, doch. Äh... Geh mal raus da. So... Transfer. Gesamten Schrott lagern. Dann haben wir jetzt schon mal nicht mehr überladen, dachtest du? Von wegen. Transfer. Boah, Pumpgun. So. Die Pumpgun, da müssen wir unbedingt gucken. Äh, die will ich auf jeden Fall dann auch... Pumpgun, Pumpgun. Wo soll sie jetzt hin? Ach, die ist nur bei den Favoriten. Okay, Moment. Ähm... Zack. Waffen. Repertierpistole. Impro-Revolver. Wahnsinn, was wir da jetzt rausgeholt haben, ne? Das können wir dann alles schön verwerten. Laserpistole. Schaden 19. Braucht Energiezellen. Feuerrate 40. Das ist natürlich enorm. Reichweite 120. Präzision. Die müssen wir auf jeden Fall auch zu den, äh... Favoriten begeben. Das Jagdgewehr brauchen wir dann. Hier haben wir die Pumpgun. Das ist so viel zum Thema. So viel zum Thema. Wir, äh... Wir gehen mal eben zu den Holo-Dingern und machen sonst nicht so viel Erfolg. Das ist einfach dieses Spiel. Du kannst machen, was du willst. Es kommt anders. Oh. Taktisch solide Jagdgewehr. Lass mal kurz gucken. Das ist mein Jagdgewehr momentan. Macht Schaden 40. Das macht 45. Ähm... Reichweite 132. 216er Reichweite. Das ist nicht ganz schlecht. Präzision 64. Hier 80. Wir machen das jetzt auch mal... Machen das auch mal zum... Mehrzweckachs kann weg. Äh... Wir machen das auch mal zum Favoriten. Impro-Repertierpistole. Impro-Revolver. Impro-Revolver. Nochmal das Ding. Alter Vater. Ein Beil kann erstmal weg. Was wir da jetzt rausgelootet haben, ist unglaublich. Spitzhacke reicht, wenn wir eine dabei haben zum abbauen. Ähm... Das rechte Bein kann weg. Mein rechtes Bein packe ich einfach mal ein, ja. Äh... Die... Dieser Teil ebenso. Krass. Wie übel, ey. Was wir da jetzt... Was wir da jetzt hatten. Lass mal gucken, ob ich hier... Herstellen kann. Da brauchen wir die 10 Millimeter. Mh... Natürlich nicht. Kann ich die Bastelstube herstellen? Mh... Das ist die Rüstungswerkbank. Die Bastelwerkbank fehlt mir Aluminium. Da habe ich nur 3 von 8. Wir müssen Roboter killen. Auch eine Bastelwerkbank. Sonst kriege ich kein... Sonst kriege ich keine Muni mehr. Krass. Okay. Gut. Dann... Shotgun. Da haben wir 43er Schrot. Laserpistole haben wir ein bisschen was. Jagdgewehr habe ich noch. 81 Schuss. Die 10 Millimeter Pistole. Ähm... Ich sollte den Revolver wieder einpacken. Ich sollte den Revolver wieder einpacken. Lass mal eben gucken. Impro-Revolver. Kampfmesser. Leuchtpistole. Der braucht nämlich... Welche Muni? Der ist noch halbwegs intakt. Sollte man mitnehmen. Ähm... So... Sekunde. Das dauert jetzt halt immer mal so ein bisschen. Aber ich glaube... Das ist wichtig. Wenn wir gerade gesehen haben, was uns da erwartet... Ist das echt wichtig. Uh... Ja. Das ist gut. Da haben wir immer wieder sechs Schuss drin. Macht wenigstens ein bisschen Schaden. Das ist okay. Die 10 Millimeter haben wir jetzt halt verbraten. Gut. Dann. Weiter. Ich finde diese Musik immer so super stimmungsvoll. Absolut krass. So schön. Äh... Was ist das jetzt? Untersuch den Wohnwagen. Was haben wir denn da an? Untersuche den Flughaar. Untersuche den Wohnwagen. Sonstiges. Öff. Untersuche den Wohnwagen. Was ist das? Ja. Aluminium. Wo ist er? Den nicht. Ja, Mann. Ich hoffe die haben Aluminium drin. Äh. Stahlroboter. Das mal hier mal. Okay. Da sind noch mehr Robbys. Aber ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Wo habe ich denn die andere Waffe? Das ist die Laserpistole. Hier haben wir die Shotgun. Was ist das? Das? Ja, Moment. Ich muss mal eben gucken. Ich habe da noch die... Shot. Was ist das? Was ist das? Die präzisere. Hm. Okay. Wo haben wir sie? Ja. Noch nicht. Was ist das? Aua, sag mal. Übel. Untersuch den Wohnwagen, sagt er. Das ist so eine alte Basis. Eigentlich müssen wir dieses Ding hier einnehmen. Das ist so eine alte Basis. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ähm. Nicht gut. Ah, schon mal gut. Oh Mann... Ah cóo... Halt! Oh Na. Aluminiumkanister. Silbertäte... Hm.. Diese Buhle. ...die alles immer dabei haben. H io... Das ist immer ne Taschenuhr. Dann schieß dripping. Boah, da ist noch einer. Ich wünsche Coach, wer hier, dass ich das mal sage. Das Vieh. Kleine Granate. Äh. Westfie. Untersuch den Wohnwagen. Easy. Hätte wohl so eine kleine Quest machen können. Schießt das Radio. Okay, wir sind da. Ich habe mal untersucht. Zählt das jetzt? Hätte auch von der Seite kommen können. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Oh. Das ist sehr gut. Gott sei Dank. Ja. Da machen wir uns mal wieder ein paar 10 mm Schuss. Äh. Sehe ich irgendwie viele ich noch habe. 108er kann ich immer gebrauchen. Ähm. Ambrustpäusen, Gleispäusen und so weiter. Das brauchen wir jetzt nicht. Sehr, sehr super. Sehr, 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 sehr gut. Ähm. 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 Erlassen. Gegenstände verwerten. Und da müssen wir mal gucken. Wenn wir dann da auf den Schrott gehen. Aluminiumkanister. Silberne Taschenuhr. Fragbarer Treibstofftank. Was kommt da raus? Öl, Stahl, Schraube. Jupp. Sehr gut. Dann haben wir das. Schraubenschlüssel, Schraubenzieher, Benzinkanister. Hier, Alotair. Das verbursten wir gleich schön. Vielleicht auch nochmal Aluminium. Das brauchen wir ja noch. Da war noch eine Aluminiumdose. Sehr gut. Bastelwerkbank. Das habe ich eh gedrückt. Ja. Hupfer, Zeinrad und Stahl. Aceton, Hupfer. Stahl. Hupfer. Aluminium und Plei. Stahl und Plei. Na gut. Haben wir. Da ist noch der Schraubenschlüssel. Nehmen wir. Was haben wir hier? Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Persönlicher Terminal. Persönliches Tagebuch. Nachrichten. Umweltüberwachungsprogramm. Passwort erforderlich. Persönliches Tagebuch. Persönliches Tagebuch. Äh. Okay. Mach mal das mal eben. Ich weiß noch, was einer meiner Professoren an der VTU einmal gesagt hat. Wenn ich ein intelligentes Gespräch führen will, rede ich mit mir selbst. Ich glaube, es ist ein Zitat von irgendeinem großen Denker. Aber das hat die Welt vermutlich genauso vergessen wie so vieles andere. Naja. Hier bin ich jedenfalls und rede mit mir selbst. Immerhin ist das hier ein Tagebuch. Es ist daher vollkommen akzeptabel, oder? Meine aktuelle Situation ist folgende. Ich lebe hier draußen. In dieser Hütte. Völlig allein. Von den gelegentlichen Besuchen von meinem Freund Chef. Einmal abgesehen. Manchmal besuche ich ihn auch in der Responder-Basis. Und aktuell arbeite ich mit ihnen an einem Forschungsprojekt. Das ich entwickelt habe. Um. Um. Wie blätter ich weiter? TZ? Wie blätter ich ihn weiter? Noch nicht? Rechts, links? BASD? Ja. E. F. Ah. Um Umweltsysteme auf Spuren von Kontanimation durch die Verbrannten zu überprüfen. Ich bin meistens unterwegs und sammle Daten. Die restliche Zeit verbringe ich damit beschädigte Umweltsensoren zu reparieren, Ersatzteile zu bauen und zu lesen. Total aufregendes Tagebuch. Amy. Überhaupt keine Zeitverschwendung. Hm. Lass mal eben gucken. Äh. Heute hätte mir so eine verdammte Baulungsrate beinahe ein Bein abgenagelt. Ich war gerade dabei. Vielleicht hat Jeff ja recht. Vielleicht bin ich eine sture Idiotin. Äh. Ich bin aus der Suche nach dem Passwort. Deshalb schaue ich hier mal so durch. Boah, ich schätze, dass das da nicht unbedingt steht. Tja. Schwierig. Bauerrüstung durch die Gegenstampen gehört. Dieses Mal waren sie nicht mehr weit. Vielleicht, äh, noch einen Kilometer entfernt. Oh Gott. Okay. Diese Spielzeugsoldaten werden meinen Wohnwagen über, äh, kurz über, äh, lang finden. Mhm. Hm. Ich habe Jeff eine Holobandnachricht, äh, aufgenommen, damit er weiß, wo er mich finden kann. Und sie so versteckt, dass dieses riesige Powerrüstungsding sie nicht bemerken. Hoffe ich. Okay. Ich suche die Leiche. Was denn für eine Leiche? Müssen wir gleich mal gucken. Hm. Also, untersuche den Wohnwagen. Ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da ist noch was. Nachricht an Jeff. Die hören wir uns noch an. Jeff, ich hoffe wirklich, dass du meine Nachricht erhalten hast. Und mein Hinweis klar genug war, um dieses Holoband zu finden. Ich verlasse die Hütte. Diese Typen von der stählernen Bruderschaft haben noch nicht herausgefunden, wo ich lebe. Aber das könnte sich ändern. Ich werde mich an dem Ort verstecken, an dem wir unser erstes Date hatten. Triff mich da, falls es dir möglich ist. Ich habe mein Umweltüberwachungsprogramm mit einem Passwort gesperrt, das ich dir geben möchte. Nach all dem, was wir für die Bruderschaft durchmachen mussten, werden sie meine Forschungsdaten auf keinen Fall bekommen. Hoffentlich findest du mich bald. Pass bis dahin auf dich auf. Ich liebe dich. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Und zwar persönlich. Läuft noch das Band, ne? Kommt da noch was? Nee, jetzt ist fertig. Okay. Ah, das ist immer so ergreifend. Das ist so krass. So krass gut gemacht. Schild das Holoband. Banden sind unterwegs. Wir müssen... Der Orden... Das Riverside anwesend ist. Raider, komm näher. Ich bin da raus, wo sich Amy Carey befindet. Hey, das ist sie wohl nicht gewesen hier. Da steht auch nur junge Frau. Informiere dich über die Geschichte von Riverside Manor. Das Passwort haben wir jetzt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das Passwort irgendwo auf dem... Roloband haben. Ah. Ja. Eine... Inis Terminal benutzen. Missedich, Verbrannte. Sei vorsichtig. Abends ausgehen. Alles klar. Alles klar. Da können wir dann in der nächsten Folge sicherlich mal nachschauen. Ich hoffe, ich finde die Stelle wieder. 40 Minuten Folge geworden, aber so schnell kann es gehen. Bei Fallout. Ich finde es super. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie euch das so gefällt, dass man hier zwar keine NPCs trifft, aber eben diese Hinterlassenschaften, diese Geschichten, die erzählt werden darüber. Ich finde das super. Auf der einen Seite hat man immer wieder sehr humorige Szenen. Auf der anderen Seite so ergreifende und interessante Geschichten der Überlebenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Daumen nach oben. Falls es euch gefallen hat, würde mich das natürlich sehr freuen. Und vielen Dank auch für eure Kommentare und Meinungen. Bis heute Abend dann 22 Uhr zum Livestream am Samstag von Fallout 76. Und danach geht es natürlich hier mit Folgen auch weiter auf dem Kanal. Ich glaube, das Spiel wird uns noch eine Weile begleiten. Habe ich irgendwie so im Gefühl. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.